ich versuche etwas in deutsch zu sagen meine gedanken waren beim leben von könig david und die ganze Geschichte Davids nimmt einen ganz breiten Raum ein in der Bibel und das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament und man fragt sich automatisch, wenn man manche Passagen liest, was hat das uns zu sagen? zuerst mal ich bin sehr interessiert an alten Grafungsorten in Städten, Archeologie und wenn ihr mal nach Berlin kommt, dann gucke ich in den Museumsinsel Alte Grafungsorten dann bekommt man einen Eindruck, was der Prophet Daniel empfunden hat als er nach Babilon kam dann kann man dann auch das, was Daniel Daniel, als er in der Bibel kam weil die Mauer ist ein Teil dort ausgestellt oder was Paulus empfand als er in Milet war was interessant ist, in den antiken Geschichten das die Geschichte, die Leute, wenn sie über diese Leute schreibt total glorified und wenn du dann jetzt zeitlich die Geschichte Schreibung Gottes liest und wenn du jetzt Zeitleicht die Geschichte Schreibung Gottes liest und wenn du jetzt die Geschichte Schreibung Gottes liest dann stellst du fest, dass es ganz anders ist und das macht mir dieses Buch so total interessant Weil Gott uns Menschen so beschreibt wie wir sind und deshalb wollen wir etwas über David lesen weil er ein Bild ist, ein vorbild auf den Christus hin, der kommen soll wenn du Neue Testament Matthäus 1,1 liest Wenn du die Propheten im Alten Testament liest, dann wird in beiden Passagen erwähnt, es kommt ein Tag, dann wird Gott seinen Propheten, sein Knecht David schicken, dass Bóg schlug seine Sługe Davida. Und das ist ein Bild des Messias Israels, welcher Christus ist. Jetzt wollen wir etwas lesen aus Davids Geschichte. Ich lese nicht alles, dann wollen wir noch nach Hause. Bo ich möchte noch nach Hause gehen, denn wir wollen noch nach Hause gehen. Eine Stelle aus Kapitel 13, Vers 14. Das ist Samuel, 13, Vers 14. Ein Vers. 1 Samuel, 13, Vers 14, Vers 14. Hier wird ein Mann erwartet von Gott, der nach seinem Herzen ist. Was war bis dahin geschehen? Was war bis dahin geschehen? Israel war nach der Zeit der Richter in einem sehr schlechten Zustand. Gott schickt in so einer Zeit immer seine Propheten zu seinem Volk damals. Und das war Samuel. Und das war Samuel. Aber die Situation von dem Priesterschaft in dieser Zeit war auch furchtbar. Aber die Situation der Kapuern war in der Zeit sehr gefährlich. Das war Eli. Und in dieser Zeit sagten die Leute, wir wollen gerne wie die anderen Nationen einen König haben. Kapuern Eli. Und das war Samuel, ganz große Not. Und Gott muss ihm sagen, hör mal, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Und Gott muss ihm sagen, hör mal, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Auf mich wollen sie nicht mehr hören. Die ganze Geschichte, eigentlich des Alten Testamentes, ist eine Geschichte des Vorbilds für uns. Cała Księga Starego Testamentu ist taką Księgą przykładów dla uns. Dass wir lernen. Abyśmy się uczyli. Das sagt einmal 1 Korinther 10. To o tym nam mówi 1 Korinther 10. Und Römer 15. Das ist also eine Vorbildgeschichte, weil es gerichtet ist an Gläubige, damit sie lernen, in ähnlichen Situationen zu handeln. Und das ist auch geschrieben als Vorbild für eine ganze Gruppe von Menschen, nämlich die Versammlung oder die Gemeinde Kirche Gottes. Und es ist auch gerichtet für jeden Einzelnen, wie er lernen kann. Und es ist auch gerichtet für jeden Einzelnen, wie er lernen kann. Das ist auch gerichtet für jeden Einzelnen, wenn wir gleich sehen. Wie heißt der König? Also Sie wollen einen König haben? Und Sie bekommen einen König. Und Sie bekommen einen König. Ein Kriegsheld wird sich zeigen. Aber Saul versagt. Und Gott gibt ein sehr hartes Urteil über ihn. Und Saul wird später im Leben mit David sein der größten Feind von David. Aber wir wollen mal lernen, wie Gott sich seine Leute vorstellt, nämlich bei David. Und wir wollen lernen, wenn wir in ähnliche Situation kommen, wenn wir abgelehnt werden. Wie wir dann handeln. Und das sehen wir bei David. Wenn David eingeführt wird, noch ist Saul König. Und er wird noch über Jahre König bleiben. Aber Gott hat schon gesagt, ich habe mir einen Mann erwählt. Und in 1 Samuel 16 wird er vorgestellt. Und in 1 Samuel 16 wird er vorgestellt. Und wenn er Saul wurde, war ein großartiger Typ und größer als alle anderen. Das war ein großartiger Mensch. Starker Kriegsheld. Und David war sehr schön aussehen. Aber der jüngste aus der Familie. Und als der Samuel, der hat den Auftrag jetzt in das Haus zu gehen von Isai, dem Vater von David. Und er weiß nur, ich habe einen Auftrag. Ich muss einen sohn, einen Nachkommen von Isai, es muss ich zum König sein. Und dann kommt er da hin. Und dann sagt er, Isai hatte Angst, was bedeutet das jetzt, wenn der Samuel kommt. Und dann sagt er, Shalom, Friede. Und er weiß gar nicht, was läuft. Und dann sagt er, ich möchte deine Söhne kennenlernen. Und dann kommen die ersten, vom ältesten, so war das damals in Israels, bis zum jüngsten. Und dann, wie es war in den Jahren, so war das damals in Israels, bis zum jüngsten. 7 gehen durch. Der erste, wenn du das mal liest, Kapitel 16, Dann heißt er mit Namen Eliab. 6 wiersz. Nazywał się Eliab. Mein Gott ist Vater. Co znaczy, mój Bóg ist ojcem. Übrigens, wunderschöne namen manchmal in der Bibel. Und jetzt denkt er, sieht ihn. Und jetzt denkt er, sieht ihn. Gewaltiger Typ, offensichtlich. Echt. Na pewno to był potężny człowiek. Echt. 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 Und er denkt er, das ist der Mann. Und dann sagt er Gott ihm. Und dann sagt er Gott ihm. Aber Bóg mu sagt. Das ist eine sehr interessante Stelle. Vers 7. Wicke nicht auf seine Aussehen. Wir 10 sagaida. 1 dieses Buch upseithäten. Neutsetzt. Wir 11aais. 2 Europos Malin. In 138g. Ust citoyen. Däывать, du kommende caregiver. Eine die gute taką Aussehen. Wie Market see du musst. 3,0ja. Neisé Niin. Wicke nicht. 3 mit Stempem. Wir lernen die ganz wichtige Lekzion. Gott sieht unser Herz an. Wie bin ich wirklich vor Gott? Und dann sind alle sieben durch. Aber das ist... Ist das alles? Gott hat mir nicht gesagt, wen ich jetzt sagen soll. Hast du noch einen? Ja. Die Nummer acht. Lernen wir auch in der Bibel. Acht ist wieder ein Neuanfang. Und dann kommt der Kleine, der Junge. Der kommt vom Kleinvieh. Der kommt vom Kleinvieh. Der hat das Kleinvieh gehütet. Und dann werden wir später in Kapitel 17 sehen. Was er dort gemacht hat. Was er dort gemacht hat. Auch seine Brüder haben das offensichtlich gesehen. Denn David ist jetzt König. Aber noch verworfen. Offensichtlich ist König Saul. Und jetzt kommt Kapitel 17. Und dann gibt es Krieg in Israel. Das kommt sehr oft vor in Israel. Und dann kommt der Krieg in Israel. Und das ist manchmal passiert. Und dann ist es Gott. Und dann benutzt man Kriege. Und sein Volk zu sich zurückzuführen. Und dann kommt der Krieg. Das Volk Israel damals wird gesehen als Gottes Volk auf der Erde. Mit Verheißungen für die Erde. Das werden wir dann feststellen, wenn wir zum Beispiel die Psalmen lesen. Da stehen manchmal Dinge, die du nicht gleich verstehst. Wenn du nicht diese Unterscheidung machst beim Bibel lesen. Dass Gott in der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit, drei Menschentypen unterscheidet. 1 Korinther 10, letzter Vers. Israel, die Versammlung Gottes, die Kirche. Und die Heiden, die nicht gläubigen. Drei Menschengruppen. Und diese drei Menschengruppen richtet sich Gott. O tych trzech Gruppach ludzi mówi Bóg. Im Alten Testament ist ganz speziell er gekommen für Israel. W Starem Testamencie chodziło głównie o Israel. Um ein Volk aus vielen Völkern sich zu erwähnen. Bóg wybrał sobie jeden Lud spośród wielu narodów. Mit ihnen umgang zu haben, ihr Gott zu sein. Und sie merken ganz bald, wie sie ihn nicht wollen. Und dann kommt das bis auf den Christus hin. Und dann erwähnt sich Gott ein neues Volk. Aus allen Nationen. Aus Polen. Aus Deutschland sogar. Aus der Türkei. Z Turcji. Wir waren in vielen Ländern gewesen und das Schöne ist, überall treffen wir Kinder Gottes. Und die gehören zu dem, was die Bibel ein Leib nennt. Und die Versammlung Gottes. Das alles ist hier verborgen. Das ist hier alles enthüllt worden durch ein Werkzeug im Neuen Testament. Das ist Paulus. Wir sind hier im Alten Testament. Aber jetzt sind wir im Starem Testamen. Das Volk Israel hat riesige Probleme. Und das sind die Filister. Und hier sind die Israeliten. Und die Kinder, denke ich mal, ich freue mich immer, wenn Kinder da sind. Und die kennen die Geschichte alle. Ich freue mich, dass sie alle Kinder wissen, weil sie alle wissen, dass sie alle diese Geschichte wissen. Das ist total spannend. Das ist sehr interessant. Gleich vorweg. Dann kommt später, es kommt der Zwischenkämpfer auf, Goliath, ein Rieser. Und dann sieht man, dass ein Krieger kam, sehr großartiger, Goliath. Es gab so einen ganz kleinen Teil unter den Filistern, das waren Riesen aus der Vorzeit. Und der wird, der Vorkämpfer sein, wird das Volk Israel anklagen. Und er wird sie verhöhnen, verhöhnen, anklagen, äh, to accuse. Und er wartet jetzt, dass auch von den Israeliten ein Vorkämpfer kommt. Und er wird jetzt, dass ein Krieger von Israel kommt, der gegen ihn kämpft. Der, der gegen ihn kämpft, wird gegen ihn kämpft, was macht keiner. Aber niemand kommt. Wer hätte als erstes das machen müssen? Wer hätte am erstes das machen müssen? Wer hätte am erstes das machen müssen? Wer hätte das machen müssen? Saul. Weil er war schon großartig, er war dem noch am nächsten. Weil er war o головe größer als alle anderen. Aber er macht das nicht. Aber er hat das nicht gemacht. Alle sind feige. Wszyscy stworzyli. In dieser Zeit ist zu Hause der Papa mit dem David zusammen. W tamten Zeit, David war mit dem ojcem in domu. David war ein junger Mann. David war ein Mödziein. Ja, noch kein Kriegsmann, dass er zum Militärkern kam. Esau sagte, David bring mal deinen Bruder, die drei ältesten waren im Krieg. Bring mal was zu essen. Esaui sagte, David macht das. David macht das. Und dann sieht er die Situation mit Goliathem. Und dann sieht er die Situation mit Goliathem. Er hört, wie Goliath diese Leute angreift. die Israeliten. Und er hat das nicht gemacht. 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 Keiner sagt nichts. Und dann fragt er, was wird dem Mann geschehen, der diesen Menschen dort erschlägt. Und er Säur hat es bestimmt einen Verlustung. Und er Säur hat er bestimmt einen Verlust. Und er hat er straks gerecht er. Und er soll ihm seine Schulden vergeben. Und er soll ihm seine Schulden vergeben. Und er soll ihm seine Tochter geben. Und er soll ihm seine Hilfe gebrauchen. Und er schlagt er überall rum. Man gibt ihm überall die gleiche Antwort. Das hören auch seine Brüder, zu denen er gekommen war. Und das Interessante ist, diese Brüder klagen ihn auch an. Wir wissen warum du gekommen bist. Die eigenen Brüder klagen ihn ab. Wir merken jetzt, manches auf einmal wird profetisch, was tatsächlich stattgefunden hat. Einmal wird auch einer kommen, zu seinen Brüdern. Und der wird abgelehnt. Und dann, sag dir nur etwas. Hör mal, ist es nicht der Mühe wert? Und bei mir steht in der Anmerkung, dann ist es nicht ein Auftrag. Ich komme hierher, einen Auftrag auszuführen, von meinem Vater. Da muss ich gucken. Ist es nicht der Mühe wert? Und bei mir steht in der Anmerkung. Anmerkung 1, oder? Und bei mir steht in der Anmerkung. Ist es nicht der Mühe wert? Ah ja. Jetzt ist es nicht der Mühe wert. 29. Tag. 17. Vers. 49. Odrzekł David. Cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to nie... To było tylko słowo. A w niemieckim jest, że to nie jest warte Zachodu, jakby. Saul hört. Saul hört davon, dass David sich erkundigt. Saul usłyszał o tym, że David zauferował siebie do walki. Und lässt ihn zu sich bringen. I teraz pozwala przyprowadzić go do siebie. Junger Mann. Młody człowiek. Kein Kriegsmann. Żaden wojownik. Oh, wie willst du denn gegen diesen Menschen, diesen Riesen kämpfen? Jak ty chcesz iść do tego olbrzyma? Und dann sagt David zu Saul. I David mówi do Saula. Dein Knecht weitete das klein kwiefe sein Vater. Vers 34. W 34 wierszu. Sługa twój pasał owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź, i porwał jagnie z trzody. B 35. Und 36. Do 36. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie i go chwytałem za grzywę, to go chwytałem za grzywę, tłupłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój, i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Widzimy tutaj wyraźnie, że Dawid był człowiekiem, który niczego się nie bał. Później zauważymy, że były wyjątki. Widzimy tutaj, że w przyszłości jak on pasał tą trzodę, to on troszczył się o swoją trzodę. I z trzech tej trzody. Widzimy też później w psalmach, czytamy o tych wielu historiach. I one mają też prorocze znaczenie, które wykracza bardzo daleko poza czas Dawida. Aż do przyszłości. Aż do czasu, kiedy nastanie wielki ucisk na tej ziemi. To by długo zajęło, żeby teraz mówić o tych wszystkich rzeczach. Ale podstawę mamy tutaj położoną. Ponieważ ten wielki przeciwnik Boga i ludu Bożego, to jest Goliath. Czyli Goliath. On zostanie zwyciężony. Dawid stracuje im ganz unerschrocken entgegen. Dawid stracuje im ganz unerschrocken entgegen. Unerschrocken. Without fear. On idzie do Goliath bez żadnego strachu. I jest wyśmiany, jest zelżony. I w 45 wierszu 17 rozdziału mówi piękne słowo. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. I dokładnie tak się stało. Mit einer kleinen schleuder. Małą brocą. Miał pięć kamieni. I wyszedł naprzeciw niego. Mit stöcken, mówił Felister. I wyśmiał go jeszcze bardziej się z tego zaczął wyśmiewać, ten Goliath. Ale Dawid jest człowiekiem wiary i to tu widzimy. On w czasie samotności na pustyni z tymi zwierzętami często doświadczał. I on wziął teraz kamień. Ile w ogóle kamieni potrzebował, żeby zwyciężyć Goliath? Czy pięciu potrzebało kamieni? Jednego. Jednego. Tak. Ile w ogóle kamieni wystarczy. Ile w ogóle nie będziemy tego czytać, bo zauważacie, że to by to dużo czasu zajęło. Ale on teraz czyni coś bardzo interesującego. I bardzo wspaniałe są takie szczegóły w Biblii. On bierze miecz tego olbrzyma. I odcina mu głowę. I to jest teraz obraz, który nam wskazuje na Nowy Testament. Na Pana Jezusa. Który zwyciężył diabła. Jego własną bronią. I zresztą. I zresztą. Jego własną bronią. I zresztą śmiercią. Und das finden wir auch in dieser Geschichte. David wird jetzt... Eine Sache wird jetzt ausgelöst, was total interessant ist, Kapitel 18, 1. Ich will das nur ganz kurz erwähnen. Jetzt noch kurz erwähnen wir, was es in 18. Vers. Jonathan war auch ein Kriegsmann, war sohn von Saul. Syn Saul, also Jonathan, war bojownikiem. Und als er das sieht, was David dort macht, verbindet sich die Seele Jonathans mit der Seele Sauls und er liebte ihn wie seine Seele. Związała się dusza, czy przylgnęła dusza Jonathana do Davida i umiłował Jonathana, jak siebie samego. Die Anwendung ist ganz einfach. Und er sagt, ich liebe dich, Herr Jesus. Weil du mich zuerst geliebt hast. So geht der Weg weiter von David. Und so weiter geht die Geschichte von David. David war im Haus Sauls gewesen, das habe ich überschlagen, Kapitel 16 am Ende. Weil Saul, weil er auf dem Weg weg war von Gott. Einen bösen Geist hatte. Widzimy auch die Geschichte, als David war im Haus Saula. Und jetzt muss David fliehen vor Saul. Weil durch diese Geschichte, wie David jetzt erlebt hat mit diesem Filister. Weil w tej historie, w której David zwyciężył tego Filistinczyka. Mit diesem Erfolg, den Gott ihm jetzt gibt als Kriegsmann. Das kommt auch Saul mit. Die Leute haben sogar gesungen. Nawet ludzie śpiewali. David hat 10.000er schlagen, Saul nur 1.000er. David pobił swoje 10.000er, a Saul tylko 1.000er. Und das bewirkt neid im Herz von Saul. Und bisher können wir sagen herrliche Geschichte von David. So ein Mann des Glaubens. Kein Mann des Glaubens. Kein Mann des Glaubens. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oder nicht? Wunderbar. Wunderbar. Etwas, wo wir wirklich nachahmen können, was den Glauben betrifft. Aber David muss jetzt fliehen vor Saul. Aber David muss jetzt fliehen vor Saul. Und in dieser Zeit schreibt er einige Psalme. Und das haben wir gestern mal gehabt. Und das sind junger Leute zusammen waren. Und wenn es um Nachfolge Christi geht. Und das manchmal sein, dass du in ganz große Not kommst. Und das beschreibt David. Und genau das hat er gehabt. Es gibt eine Zählung. Danach ist zum Beispiel die Hälfte von 150 Psalmen, hat David geschrieben. Von Psalmen von großer Tiefe. Von sehr großem Leid. Von sehr großem Leid. Und die auch wieder hindeutschen darauf, dass einer mal kommen wird, der wird furchtbar Leiden für uns. Er sagt einmal, als er das so erlebt, wo er immer vor Saul fliehen muss. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Und David macht sich auf, geht seinen Weg. Und Jonathan macht mit ihm ein Bund. Und dann muss er fliehen in die Höhle Adulam, Kapitel 22. Und zu ihm kommt jeder, der irgendwo bedrängt wurde. Jeder, der irgendwo schuld hatte. Und David wird ihr Oberster. An was erinnert uns das? Wo sind wir hingegangen? Wohin sind wir gegangen? Wir sind gegangen zu Jesus. Wir waren Leute, die gläubige waren, die schuld hatten, die erbitterten Gemüts waren. Wir waren Leute, die gläubige waren, die schuld hatten, die erbitterten Gemüts waren. Und der Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. Ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Dann muss David weiter fliehen. Mit diesen Leuten jetzt sind dann 600 an der Zahl. Zum Teil geht er in die Wüste, zum Teil ist er im Felsen. Einmal ist er in der Wüste und einmal ist er auf dem Felsengebirge. Und er hat zwei Mal eine Gelegenheit. Das ist ganz interessant. Und da möchte ich drauf zu sprechen kommen. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, dass er zwei Mal hatte. David ist, Kapitel 24, auf den Bergfestungen. Und dann sieht er wieder in der Wüste, Engedi. Und dann sieht er wieder in der Wüste, Engedi. Und dann geht er hier und er kommt in eine Höhle, Vers 4. Kannst du mal lesen. Und dann schläft er dort. Und dann geht es, Vers 6 und das ist das Interessante. Und dann geht es, Vers 6 und das ist das Interessante. Und dann hat er so zartes Gewissen, dass er sogar das Stück Obergewand abgeschnitten hat. Weil er sich daran erinnert, er ist der Gesalbte König von Gott. Der ist der Mann, den Gott geweiht hat. Und dann kann ich doch niemals meine Hand gegen ausstechen. Ich kann nicht gegen ihn ausstechen. Wir haben dieselbe Situation noch einmal, etwas später, 27. Und dann ist wieder Saul mit seinem Herr Obersten Abner unterwegs. Wir suchen David. Und er weiß nicht, wo sie sind, ganz nah. Und dann schlafen sie. Und dann sagt er, ein Diener, wie heißt Abisai, sagt zu David. Heute hat Gott ihn in deine Hand gelegt. Jetzt kannst du ihn töten. Und Abisai sagt zu David. Dzisiaj Pan wydał w twoje rękę Saula. Teraz możemy go zabić. Jetzt hast du eine Chance. Und dann sagt David, das wunderbar ist wieder Vers 11. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstreken. Der Mann David macht etwas, was wir im Neuen Testament als Lehre finden. Das heißt, dass wir uns niemals selbst rächen sollen. Römer 13, 1 Petrus 2, ein Vorbild von Christus, der sich Gott übergab, der gerecht richtet. Und genau das macht David. Er holt wieder so etwas, nämlich einen Krug, glaube ich, ist es da in der Nähe. Nein, einen Speer holt er, glaube ich. Und den Wasserkrug, doch. Einen Speer und den Wasserkrug vers 12, den holt er dort und werden sie schleichen hin. Als Signal, ey Saul, du warst wie meine Hand, ich hätte dich töten können. Das, was du mit mir vorhast. Oh, mach das nicht. Wieder ist eine Hochachtung vor dem Gesalbten des Ewigen. Sie waren Kinder des Todes, Saul und seine Leute. Das waren Kinder des Todes. Das waren Kinder des Todes. Das waren Kinder des Todes. Aber David schreit sie. Aber David schreit sie. Das ist etwas, was wirklich nicht jeder leicht macht. Und David sagt, hör mal, wenn es um den Saul, um seine eigene Person geht, sagt er zu Saul, hör mal, Saul, weißt du eigentlich, wen du verfolgst? Er sagt jetzt nicht, hey, ich bin der kommende König, Saul. Er sagt, vers 20, ich bin kleiner Flo. Und so die denkweise über sich wird er nie vergessen, wird er nie verlieren. Ich habe ihn nicht gestellt, weil es vorher schon mal sagte, ich bin doch ein kleiner Flo, ein toter Hund. Das bin ich. Und dann geht David weiter. Und Saul sagt, du bist gerechter als ich. Und Saul geht weiter und sagt, David, du bist sicherer als ich. Das hat er schon ein paar Mal gesagt. Saul hat übrigens auch ein paar Mal gesagt, ich habe gesündigt. Und hat es nie wirklich gemeint. Aber er hat es nie wirklich so richtig gesagt. Das ist ganz interessant. Ich möchte mal ganz klein... Können wir noch ein bisschen, oder wollen wir Fenster aufmachen? Ja, ein bisschen großartig, ja. Sorry. Danke. Ich muss auch ein bisschen... In der Bibel wird sieben Mal erwähnt, wo Menschen sagen, ich habe gesündigt. Siedem razy czytamy w Biblii miejsce, gdzie ludzie wypowiedzieli, zgrzeszyłem. Saul ist einer. Saul ist jednym. Israel als nation. Israel als nation. Den König Pharao in Egypten. Pharaon w Egipcie. Und viele andere. I wiele innych. Und es gibt nur zwei Ausnahmen. Bei denen, die wirklich das ernst gemeint haben. Bei denen, die wirklich das ernst gemeint haben. Das eine ist Lukas 15, der verlorene Sohn. Jeden to jest Łukasza 15, Syn Marnotrabny. Und das andere ist David. A drugie to David. Das werden wir noch sehen. David macht jetzt etwas, was wir auch machen. David teraz robi coś, co my też robimy. Und das wir manchmal vielleicht viel eher machen als David. Viel öfters. We do it more often than David did it. Co często my czynimy częściej, niż sam David. Weil wir sind nicht so hoch in dem glaubensstandard wie David. Nie mamy takiego wysokiego standardu wiary, jak David. Wir erinnern uns daran, Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herz. Przypominimy sobie, Pan powiedział, to ist człowiek według mojego serca. Wenn wir jetzt die weltliche Geschichtsschreibung wieder in der Archäologie sehen bei den Königen. Kiedy zobaczymy teraz historie taką świecką o ludziach w przyszłości. Dann wirst du nie etwas Negatives lesen über diese Leute. To nigdy nie przeczytamy czegoś negatywnego o tych ludziach. Das sind heroes. To są bohaterowie. Superleute. Superludzie. Die superleute von Gott sind Menschen wie du und ich. Superludzie u Boga to są ludzie tacy, jak ty i ja. Denn das macht das Bibelbuch so absolut zuverlässig. To dzięki temu możemy tak bardzo spolegać na Biblii. Weil Gott uns Menschen so beschreibt, wie wir sind. Ponieważ Bóg opisuje nas tak, takimi, jakimi jesteśmy. Weil Gott uns Christen so beschreibt, wie wir sind. Ponieważ Bóg opisuje nas, chrześcijan, takich, jakimi jesteśmy. Sorry. Wir können manchmal ganz verlogen sein. Verlogen. Heuchler. Wir sind manchmal hypocritisch. Liars. Wir wollen nicht das machen, aber wir machen es. Und genau das ist das Problem, was die Männer und Frauen der Bibel hatten. Und das ist genau das Problem, das die Männer und Frauen der Bibel hatten. David muss bisher seine letzten Jahre immer in der Angst leben. David w ostatnich latach swojego życia musiał cały czas żyć w strachu. Wir wollen uns einmal sagt, dass er nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Ich gucke hinter dem Felsen hervor und da steht Saul. Er muss ihn ständig Angst leben. Und dann sagt er sich. Ich gehe zum Filistischen. Ich gehe zum Filistischen. Ich gehe zum Filistischen. Da bin ich in Sicherheit. Ich gehe zum Filistischen. Ich gehe zum sie. Da werde mich nicht suchen. Da habe er recht. Weil Saul hör das. Saul hör das. Saul hör das. David ging zum Filistischen. Saul hör das. David ging zum Filistischen. Und ihr ihn nicht mehr. Aber David kommt jetzt in eine ganz schwierige Situation. Er geht zu den Feinden von Gottes Volk. Hör mal, sagt der eine, kannst du das eigentlich machen, den dazu holen, von dem man sagt, der hat 10.000 erschlagen? Da gibt es eine Situation, dass David sich so irrsinnig stellt. Und dann fragst du, hey, das ist derselbe David? Ist das derselbe Bruder, ist das dieselbe Schwester? Die so gerade gestanden hat für Gottes Dinge. Aber das sind wir. Und der Beste wird enttäuschen. Und das müssen wir uns alle hinter die Kiemen schreiben. Dass wenn wir uns auf Menschen verlassen, wir immer enttäuscht werden. Wenn du jetzt einer von Gottes Volk gewesen wärst in der Armee von Saul, hättest du gehört, was der darf ihr geht zu den Feinden? Wenn du jetzt einer von Gottes Volk gewesen wärst in der Armee von Saul, hättest du gehört, was der darf ihr geht zu den Feinden? Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Ich habe gehört, dass ich eine Botschaft in Engländer gehört. So lange, wie der Spirit lege dich führt, ist immer meine Erinnerung. Das stimmt. Okay. Okay. Dann ist er dort jetzt bei den Feinden des Volkes Gottes. Więc David poszedł do wroga Ludu Bożego. Und sie stehen kurz davor, gegen Saul in den Krieg zu ziehen. Sie stehen kurz davor, die Filister gegen David, nein, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. A Filistyni byli blisko, żeby, blisko tego, żeby wyruszyć przeciwko Israelowi. Und David ist in großer Gefahr. Macht er mit? David teraz jest w wielkim niebezpieczeństwie. Czy on pójdzie teraz tym wrogiem przeciwko Israelowi? Niekiedy Bóg wykorzystuje okoliczności, abyśmy nie zgrzeszyli. Aby Bóg nas zachował od bardzo złych i błędnych dróg. Die Filisterfürsten, die sagen ihrem Kollegen, Achis, schick den David zurück, der kann nicht mitgehen. Und Gott bewahrt David, dass er, und das ist das Interessante, gegen sein eigenes Volk in den Krieg zu ziehen. I Bóg w ten sposób zachował Davida, aby nie poszedł przeciwko własnemu ludowi. Übrigens, David hat schon mal eine sytuation erlebt. David już raz pewną sytuację przeszed. Da war, da war ein Mann, der wollte seine Soldaten nicht essen bringen. Był taki człowiek, który nie chciał przynieść jego żołnierzom jedzenia. Da wollte er sich rächen und diesen Mann umbringen. Und das war Nabal. Das war ein ganz gotloser Mann. Był bardzo bezbożny człowiek. Und der Nabal hatte eine ganz gotteswürstige Frau. Ale Nabal miał bardzo bogobojną żonę. Und die hört, dass der David kommt und will meinen Mann umbringen. Und dann kommt die dem David mit seinen Soldaten entgegen. Und dann bringt sie ihm Essen. Und dann sagt sie, mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Und sie bewahrt David vor einem verkehrten Weg. Und sie bewahrt David vor einem verkehrten Weg. Ihr merkt darum, wenn ihr mal euer Leben reinguckt, ich muss ihm mein reingucken. Kiedy wejrzymy w nasze życie, ja muszę w swoje wejrzeć. Dass Gott uns hier und dort bewahrt hat vor falschen Weg. Und die Gnade Gottes führt von verkehrten Weg wieder zurück. Und das, wie die Gnade bei David zurückführt in Kapitel 30, das ist total beeindruckend. Und die Soldaten waren weg und Frauen und Kinder waren alle zurückgelassen worden. Und das kann passieren, wenn wir verkehrte Wege gehen. Und das kann passieren, wenn wir verkehrt haben, dass alle gegen mich sind. Und da kommt in Davids Leben wieder neu die Erinnerung an Gott. Und dann kommt in Davids Leben wieder neu die Erinnerung an Gott. Und dann kommt in Davids Leben wieder neu die Erinnerung an Gott. Und dann kommt in der Erinnerung an Gott. Und dann kommt in der Erinnerung an Gott. Und dann kommt in der Erinnerung an Gott. Selbst wenn manchmal unser ganzes Kartenhaus im Leben zusammengebrochen ist. Und das war bei David jetzt. Wenn unser ganzes Kartenhaus des Lebens zusammengebrochen war. Wenn ich wanderte im Tal des Todes-Schattens. Wenn ich kein Unglück bin. Du bist bei mir. Und das ist was ganz herrliches. Und das ist sehr schön. Und das ist sehr schön. Und Saul wird in dem Krieg erschlagen mit seinen Söhnen. Saul ze swoimi synami zostali zabici in der Krieg. David wird zum König über Israel. David stał się król im Israel. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell machen. Jetzt muss ich ganz schnell machen. Weil es sind so viele. Es ist wirklich lohnenwert die Geschichte Davids mal auch im Blick auf unser eigenes Leben zu lesen. Und im Blick auf profetische Dinge, die noch kommen. Und im Blick auf profetische Dinge, die noch kommen. David wird die Bundeslade zurückführen. David wird erst in Hebron regieren siebeneinhalb Jahre. Und dann wird er regieren in Jerusalem. Und ich kann euch nur mal raten. Kapitel 9 zu lesen. Chciałbym wam doradzić, abyście przeczytali rozdział 9. Weil das eine Evangeliumsbotschaft ist. 2. Samuel 9. 9. Rozdział 2. 2. Księgi Samuela, bo ist tam przekaz ewangelizacyjny. Weil Gott ein Gott der Gnade ist. Und das wird hier so deutlich. Jetzt kommt David noch in eine Situation, die muss ich trotzdem noch erwähnen, obwohl die Zeit reint. Und David hat seine Soldaten, er ist älter geworden. David hat seine Soldaten, er ist älter geworden. Und er hat eine Schwachstelle. Und David sieht in der Nachbarschaft eine Frau sich baden. Und David sieht in der Nachbarschaft eine Frau sich baden. Er war so ein bisschen mühsig, wie wir in Deutschland sprechen, als er das Ende ist. Musikgang. So ein bisschen ... Ich weiß nicht, was ich mache soll, langweilig. Ich zappel mal im Internet, oder so. Und dann sieht er die Frau. Und dann sieht er die Frau. Und dann sieht er die Frau aus. Und dann sieht er super aus. Er ist ja König. Er holt sich die rüber, er ist ja König, er holt sich die rüber ins Haus, ins Palast, dann liegt er bei ihr, und dann lässt er sie nach Hause gehen, und dann lässt er sie nach Hause gehen, und dann lässt er sie nach Hause gehen, und dann ist alles gut gegangen, alles gut gegangen, alles nicht gut gegangen, Manchmal macht man dort Dinge offenbar, die Frau Christenkind. Heute macht man das weg, weil man ja sagt, brauchen wir nicht. Damals hat man die ausgetragen, Gott sei Dank. Damals hat man die Kinder ausgetragen. They bear the children in the womb, in the form, in these times they make abortion. Ah, okay. Und das ist okay. Und David bekommt Besuch. Der Prophet hat gesehen, was kein Mensch sieht. Was hat er gemacht in der Zwischenzeit? Was hat er gemacht in der Zwischenzeit? Damit das keinem auffällt, hat er den Mann von der Frau aus dem Krieg geholt. Aby nikomu to nie podpadło, on wysłał męża tej kobiety na wojnę. Total treuer Mann. Der war notabene sehr wierer Mensch. Hey, geh mal kurz zu deiner Frau. Er hat ihn ausgetragen. Du hast du mit der Zwischenzeit. Du hast du mit der Zwischenzeit. Du hast du mit der Zwischenzeit. Damit keiner merke, dass das kommende Kind, das ist von mir. Das können wir doch mal verschleiern, so. Muss ja nicht jeder wissen. Verschleiern kann be. Du musst das hide. Niemand sollte das wissen. Der Mann macht das nicht. Er macht ihn betrunken. Er macht ihn betrunken. Er macht das nicht. Aber er macht ihn weiter. Er macht ihn mit Joab einen Brief. Er macht ihn ganz vorne in den Reihen, bei dem Krieg. Er macht ihn von Joab. Er macht ihn von der Zwischenzeit in der Krieg. Wenn die Leute aus der Stadt schießen, werden die vorne immer zuerst erwischt. Und genau so passiert. Und dann kommt der Prophet. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, König. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Da war ein Mann, der hatte ganz viele kleinste und Lämmen. Er hat einen Besuch. 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 Wir haben gerade besuch. Wir wollen das schlachten. Er hat einen Besuch. Er hat einen Besuch. Er macht ihn. Sie hat einen Besuch. Er geladen. Er macht ihn. Er hat einen Besuch. Was würdest du von so einer Situation halten? Was dünnig ist. Was ist so unverteidlich. Was ist so hartes. Es ist so schwer. W dem Schwarzer dem Abmig. Echt heiligen. Unmöglich! Ein Mann des Todes! Vierfach muss er erstatten! Und dann sagt der Prophet Du bist der Pan! Davide muss sich selbst sagen sagen Er muss vier Kinder gehen lassen So ist Gott manchmal Wenn wir verkehrt laufen Und das, die ganze Begebenheit Danach ist David nicht mehr der selbst Nur eins ist deutlich Danach ist David nicht mehr der selbe Nur eine Sache ist deutlich Gott verschweigt das nicht Und das ist so herrlich Bei aller Not zu sehen Wie offen und gerade Gottes Wort über uns Menschen spricht Aber David macht eins Er sagt ich habe gesündigt Und Gott sagt ich habe das gesehen Ich habe auch gesehen Wie du dich gedemütigst hast Ich habe auch gesehen wie du dich gedemütigst hast Ich habe fünf an der Zahl Ich hätte gerne gewünscht Der eine wird missionar Der andere wird das und jenes Geht nicht immer so wie man will Aber nicht immer so wie man will Und das ist so Und das ist so wenn Kinder den Herrn finden ist das unendliche Gnade. Ich habe für Eltern immer ein kleines Wort, wo ich dann immer sage, was ich persönlich gelernt habe von einem Bruder. In der Erziehung mache es bitte so, als ob es 100% auf dich ankommt. Das heißt, dass die Kinder mit dem Herrn leben wollen, dass sie Nachfolger Jesu Christi werden wollen. Das musst du schon in den Kindheitszeiten klar machen. Aber du musst dir auch 100% bewusst sein. Aber du musst dir auch 100% bewusst sein, dass es 100% Gnade ist, dass du gar nichts kannst. Das haben wir oft erlebt. Und David hat Fehler gemacht, was seine Familie betrifft, ist sagenhaft. In Erster Königin, damit will ich wirklich schließen, da geht es um Adonija. Und der hat das Königtum an sich gerissen. Kapitel 1. Und dann steht da ein Zusatz, der Herr David nie einmal ihn betrübt, dass er gesagt hat, warum machst du das? Und dann steht da ein Zusatz, der Herr David nie einmal ihn betrübt, dass er gesagt hat, warum machst du das? Vers 6. Sein Vater hat ihn so lange erlebt und nicht betrübt. Jego Ojciec nigdy go nie karci, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. Damit möchte ich weggehen von der traurigen Geschichte. Na tym chciałbym zakończyć tę smutne historie und möchte wieder zurückgehen auf das, was David für uns ist. Ich chciałbym wrócić do tego, czym David ist dla nas. Ein Mann des Glaubens. Człowiekiem wiary. Ein Vorbild. Przykładem. Den wir nachahmen können. Które, który możemy naśladować. David war ein Prophet. David, David, David. David war ein Prophet. zu dem Gott sprach. Heute brauchen wir keine Propheten mehr in dem Sinne. Dzisiaj już w tym sensie nie potrzebujemy proroków. Wir haben das Wort Gottes vollkommen in den Händen. Ponieważ mamy pełne Słowo Boże w rękach. Aber David sagt in Kapitel 23 zum Abschluss seines Lebens. Ale David pod koniec своего życia mówi w 23. rozdziale 2. Samuela. Vers 3 bis 5. Wiersze 3 do 5. 2. Samuela 23. Rzekł Bóg Izraela. Przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na wyschmurnym niebie, jak deszcz, który sprawia, że Ruń wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawar ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Przyjdzie Błatca, który będzie rządził w sprawiedliwości na tym świecie. O tym mówi cały Stary Testament. I o tym tu mówi Dawid. I to będzie tak wspaniałe. Pomyślcie o dni, kiedy pada i nagle wychodzi słońce i wszystko licznie. Tak wspaniałe to będzie, kiedy nadejdzie ten czas pokoju. Poranek bezchmurny, kiedy wschodzi słońce czwarty wiecz. I on teraz sobie przypomina o swoim domu. I mówi bardzo szczerze. My house was not so with you by God, with God. W niej wszystkim jest tak, że mój dom nie był taki, jak powinno być u Ciebie, Boże. Znam wiele błędów w moim życiu. Jako ojciec, jak gospodarz. Straszne rzeczy działy się w moim domu. Ale znam wiecznego Boga, który dał wieczność przymierze. Znam wspaniałego Boga, który zbawił ludzi takich jak my, który nas tak ukochał i dał swojego jednorodzonego syna. To jest to najlepsze, co znamy, aby znać takiego Zbawiciela i Pana. Amen. Amen. Dwieście czterdzieści trzy. Tak jak Jezu wypełniłeś, co ojciec sercu miał, swe dzieło zakończyłeś, gdyż w oczy z grobu wstał. Już pojedna nie ma Ty, na wieki z Bogiem Twym. Tyś, pało uwieńczony, na tronie się dziś z nim. Dzień dobry. 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 Amen. 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 Moim, Panie, moją Tyś radością jest. W darze dałeś mi zbawienie, pokazałeś miłość też. Tu na ziemi nie osiągnie, odpoczynku serce moje w Tobie odpocznienie mam. W Tobie odpocznienie mam. Tyś jest wiecznym słońcem, wszystko przez Cię dane nam. I pocałą wieczność jesteś, zwawicielem Moim Stan. Zabierz Jezu własność swoją, położ krótce ją ze sobą. Wieczna radość będzie tam. Wieczna radość będzie tam. Jeszcze skałą wieczną jesteś Ty. Wieczna radość będzie tam. 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 Nie mogą opowiedzieć, Nij o tym szczęściu wiedzieć, Anioł wielkiem du strach, Anioł uchwy w niebie, Bez trzech wysławią Cię, I usłuchują Ci, Lecz nie są wierzchni Twemi, I nie są kupionymi, Za cenę Jezusa krwi. Tyś ludzi świata wygrał, Za dzieci swe ich przygrał, Choć że tam żyli chłód, Wyrwałe Ci w świętości, Ku cudnej ze światłości, Dla szczęśnia syna Twego snu. Przecież oddajemy Tobie, Że nas Ty zniesiesz w Tobie, Do wspaniałości swej, Jezusa tam ujrzymy, I miłość Twą pojmiemy, W radości wiecznej swą zdzień. Zaśpiewajmy pieśń numer 211. Panie Jezu, Ty w dziwości bez przebrania, Niosłeś ból i wyszycanie, Za Ty się umiałeś ból iść, Co na krzyżu się przeboli, Co Ci zgotowali wańbę, Mircząc wiosłeś ludzką skalę, A największą głębiebę węki, Wycierpiałeś z Bożej ręki, Bożym gniewem obciążowi, Ty na krzyżu zamieszczony, Jego wstąpi razy wszelkie, Cierpliwości zniosłeś wielkiej, Swoje życie w śmierć oddałeś, Po jedna nie zgotowałeś, Z serca obnie się my zanie, Boś w ogóle ścimy, Ciężem Panie, Wspominamy Twe uderwi, W Twej baranku śmierci wędzi, Wielkie dzieło san spełniłeś, W nasi gożej nas zbawiłeś, Tak w imieniu Twemu Panie, Chwała, Cześć i Sława. Amen. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Chwała, Ciężem Panie, Chwała, Ciężem Panie, Jeszcze, Jego… Jednak wwaga w nagęsie biał, W Wiosło oczyściłeś mnie, Życie poświęciłeś swe. Wieczną skałą Chy' générę Błańcz, Ci sp**** co ratka ME jeszcze dziś. Z niej do życia płynie wciąż, poszerpienie, siła, moc. Daj, bym w Słowie pewnie stał, w społeczności z Tobą trwał. Twej podróży krótkiej mej, tylko przy pomocy Twej. Jestem w stanie śpiewać wieść nad Twą chwałę, nad Twą cześć. Wieczną skałą, Panie, Tyś, tak jak wczoraj, tak i dziś. O Boże i Panie, czekamy Słowa nasz. Dla swe mości płakanie, Ty moc i tę mość masz, swej obecności znowu. Błogosłaniej swe naś, daj most Twojemu słowu. Swym miłym Panie miałaś. Wszedł ducha prawdę swoją. Chceś w naszym sercach być. 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 Amen. 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 Dziewięćdziesiąt dziewięć. Amen. 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 O grazde Boga te oblicze tam, to z gut miłości byś objawił son. Każdy dzień ty un ojca w niebie rozkoszą byłeś i godnością mógł. Panie, co skłoniło ciebie, żeś wybrał biedę, ból i hańbę tu. Boż Ty przejrzany był barankiem sam, by Bożych niech na krzyżu ponieść sam. W dzisiejszy serc Jezu cię widzimy, gdyż Ty na krzyżu się przekleństwem stał. Niosłeś tam wszystkie nasze winy, spełniło się tryumfem, rzekłeś sam. O brzymi dziewczynienie z naszych serc, bo to wieje nam, jaki chcemy nieść. Panie, co skłoniło ciebie, żeś wybrał biedę, ból i hańbę, ból i hańbę, ból i hańbę, ból i hańbę. Panie, co skłoniło ciebie, ból i hańbę, ból i hańbę. Panie, co spodziew proposez krzyżu? Panie, co efekt. Panie, co szlim brutalne육,encies mikrofon. Tak if中国 nie necessary to jest coś, abyvie nieispów wessä. Dokładnie miejsca. Wenn Buhl opuścił Ciebie, Chciał przy nas bowiem stać, Złożyłeś śmierć i siebię, By nas w nie wolność dać. Baranku przyjmij chwałę, Rzeczniósł nas ciężar win, Łaskawość okazałeś Śliśnej miłości czyn. KONIEC!